Die Wahrheit des Ursprungs des Leids Wir haben uns mit der Tatsache beschäftigt, dass wir uns alle nach Glück sehnen und Leid vermeiden möchten, trotz dieses natürlichen Wunsches aber dazu neigen, die Umstände für immer neues Leid zu erzeugen, weil wir nicht wissen, wie man die Ursachen für Glück erzeugt. Wir haben festgestellt, dass an der Wurzel dieser Situation eine Täuschung liegt oder, wie es im Buddhismus genannt wird, eine grundlegende Unwissenheit. Diese Täuschung betrifft nicht nur die Art des Existierens der Dinge, sondern auch wie Ursachen und Wirkungen miteinander in Beziehung stehen. Im Buddhismus werden deswegen zwei Arten von Unwissenheit, Avidya auf Sanskrit, unterschieden, und zwar Unwissenheit bezüglich der Kausalitätsgesetze, im Speziellen der Gesetze des Karmas, sowie Unwissenheit bezüglich der letztlichen Natur der Wirklichkeit. Diese stehen mit den zwei Ebenen des Verständnisses vom abhängigen Bestehen in Verbindung. Auf der ersten Ebene war es das Verständnis der kausalen Abhängigkeit, das unsere Unwissenheit bezüglich der Kausalitätsgesetze beseitigt. Auf der tieferen Ebene war es das Verständnis der letztlichen Wirklichkeit, das unsere grundlegende Unwissenheit beseitigt. Das bedeutet allerdings nicht, dass Unwissenheit die einzige Ursache für unsere nicht erleuchtete Art des Existierens ist. Es gibt eine Reihe weiterer, davon abgeleiteter Ursachen, sowie Umstände, die mit dem etwas technisch lautenden Begriff Klesias bezeichnet werden, d.h. leidvolle Emotionen und Gedanken, oder kurz Verblendungen. Es handelt sich dabei um eine komplexe Gruppe von Emotionen und Gedanken, die im Abidharma ausführlich beschrieben werden. Beispielsweise werden dort sechs leidvolle Wurzelemotionen und Gedanken, d.h. sechs Wurzelverblendungen genannt, aus denen 20 sekundäre Verblendungen entstehen. Diese alle werden im Abidharma ausführlich erklärt. In der Literatur des Vajrayana-Tantra gibt es eine weitere Erklärung über den sangsarischen Prozess, die 80 Arten von Gedanken oder Konzepten beschreibt, welche aufzeigen, dass wir uns in einem nicht erleuchteten Zustand befinden. In den Schriften des Kala Chakra, die zur Klasse des Vajrayana gehören, werden darüber hinaus die Ursachen für sangsarisches Dasein entsprechend natürlicher Neigungen oder Voraussetzungen beschrieben. Diese Verblendungen, diese leidvollen Emotionen und Gedanken, die aus unserer grundlegenden Verblendung entstehen, erzeugen Handlungsabsichten. Beide zusammen, Verblendungen und Handlungsabsichten, sind der Ursprung unserer Erfahrungen von Leid. Als Verblendung werden im Allgemeinen jene Gedanken und Gefühle bezeichnet, die bereits durch ihr bloßes Auftreten Störungen in unserem Geist verursachen und uns inneres Leid zufügen. Karma Arten von Karma Nach der allgemeinen Definition des Begriffs Klesha folgt nun die Definition des Begriffs Karma. Wir sollten uns daran erinnern, dass Karma im Buddhismus im großen Zusammenhang der natürlichen Kausalitätsgesetze zu sehen ist. Karma ist ein Spezialfall der natürlichen Kausalitätsgesetze, die im gesamten Universum Gültigkeit haben und wo, nach buddhistischer Auffassung, Dinge und Ereignisse lediglich als Resultat des Zusammenkommens von Ursachen und Umständen entstehen. Karma ist also ein Fall des allgemeinen Kausalitätsgesetzes. Was es zu etwas Einzigartigem macht, ist, dass es absichtliches Handeln beinhaltet und somit einen Handelnden benötigt. Natürliche, in der Welt wirksame, kausale Vorgänge, in die kein Handelnder verwickelt ist, können nicht erst karmisch bezeichnet werden. Um erst karmisch bezeichnet werden zu können, muss ein kausaler Prozess einen Handelnden haben, dessen Absicht zu einer bestimmten Handlung führt. Dieser kausale Mechanismus wird Karma genannt. Unter den allgemeinen karmischen Handlungen können wir drei Gruppen unterscheiden, die jeweils ihnen entsprechende Resultate hervorbringen. Handlungen, die Leid und Schmerz erzeugen, werden im Allgemeinen als negativ oder unheilsam bezeichnet. Handlungen, die positive, erstrebenswerte Resultate erzeugen, wie zum Beispiel Erfahrungen von Freude und Glück, werden als positiv oder heilsam bezeichnet. Die dritte Gruppe beinhaltet Handlungen, die zu Erfahrungen von Ausgewogenheit oder Gleichmut führen, zu neutralen Gefühlen und Erfahrungen. Sie werden als neutrale Handlungen bezeichnet, die weder heilsam noch unheilsam sind. Im Hinblick auf die eigentliche naturkarmische Handlungen selbst unterscheidet man im Wesentlichen zwei Arten. Handlungen des Geistes, die nicht notwendigerweise durch den Körper zum Ausdruck gebracht werden müssen, und Handlungen des Körpers, zu denen auch sprachliche Handlungen zählen. Im Hinblick auf das Medium, durch das eine Handlung ausgedrückt wird, unterscheiden wir Handlungen des Geistes, der Rede und des Körpers. Weiter finden wir in den Schriften Beschreibungen von karmischen Handlungen, die vollständig heilsam sind, solchen, die vollständig unheilsam sind und solchen, die eine Mischung aus beidem sind. Ich denke, dass auf die meisten von uns, die den Dharma bereits praktizieren, Letzteres zutreffen dürfte. Wenn wir eine einzelne karmische Handlung analysieren, sehen wir, dass sie mehrere Stufen umfasst. Die anfängliche Stufe ist die der Motivation oder Absicht. Dann folgt die Stufe der eigentlichen Ausführung der Handlung und schließlich die Beendigung der Handlung. Die Intensität und Kraft einer karmischen Handlung ist, je nachdem, wie jede der Stufen durchgeführt wird, unterschiedlich. Nehmen wir zum Beispiel eine negative Handlung. Wenn eine Person auf der Stufe der Motivation starke negative Emotionen wie zum Beispiel Ärger empfindet, die Handlung dann impulsiv ausführt, sofort danach aber starkes Bedauern empfindet, sind die drei Stufen nicht vollständig. Logischerweise ist diese Handlung, Karma, weniger stark als im Fall einer Person, die alle Stufen vollständig durchführt, d.h. die eine starke Motivation hat, die Handlung vollständig ausführt und ein Gefühl von Freude und Zufriedenheit darüber empfindet. Es mag auch Fälle geben, wo die Person keine sonderlich starke Absicht hat, aber die Umstände sie zwingen, eine Handlung durchzuführen. In diesem Fall ist das negative Karma, obwohl die Handlung durchgeführt wurde, schwächer als in dem zuvor erwähnten Beispiel, weil keine stark motivierende Kraft vorhanden war. In Abhängigkeit von der Stärke der Absicht, der Durchführung und des Abschlusses der Handlung hat das Karma, das erzeugt wird, eine unterschiedliche Intensität. Aufgrund dieser Unterschiede werden in den Schriften vier Arten von Karma beschrieben. Karma, das ausgeführt, aber nicht angesammelt wird. Karma, das angesammelt, aber nicht ausgeführt wird. Karma, das ausgeführt und angesammelt wird. Und Karma, das weder ausgeführt noch angesammelt wird. Es ist wichtig, diesen Punkt zu verstehen und zu erkennen, dass karmische Handlungen zusammengesetzte Handlungen sind, weil jede Handlung mehrere Stufen umfasst und dass ihre Qualität als Summe aller sie ausmachenden Faktoren beschrieben werden kann. Wer den Dharma praktiziert, sollte daher immer, wenn sich die Gelegenheit zu einer heilsamen Handlung bietet, darauf achten, dass auf der ersten Stufe die anfängliche positive Motivation, wie auch die Absicht, diese Handlung durchzuführen, sehr stark ist. Während der eigentlichen Durchführung der Handlung sollte man sicherstellen, dass man sein Bestes gibt und sich wirklich bemüht, die Handlung zu einem guten Abschluss zu bringen. Nachdem die Handlung abgeschlossen ist, ist es wichtig, sicherzustellen, dass man das so erzeugte, heilsame Karma dem Wohl aller Wesen wie auch der eigenen Erleuchtung widmet. Wenn man dann auch noch in der Lage ist, die Widmung mit einem Verständnis der letztlichen Wirklichkeit zu verbinden, wird die Wirkung nochmals verstärkt. Als jemand, der den Dharma praktiziert, sollten wir im Idealfall natürlich jede negative Handlung vermeiden. Wenn wir uns dennoch bei einer unheilsamen Handlung ertappen, sollten wir sofort sicherstellen, dass wenigstens unsere Motivation schwach ist und keine starken Emotionen im Spiel sind. Obwohl wir die unheilsame Handlung dann vielleicht doch ausführen, wird sie relativ schwach ausfallen, wenn wir dabei ein starkes Gefühl der Reue empfinden, ein wirkliches, großes Bedauern. Und natürlich sollten wir ob unserer unheilsamen Handlung keine Befriedigung empfinden, keinerlei Freude, sondern im Gegenteil tiefes Bedauern, eine große Reue und, wenn möglich, sie sofort bereinigen. Wenn wir in der Lage sind, uns unseren eigenen heilsamen und unheilsamen Handlungen gegenüber so zu verhalten, werden wir auch die Unterweisungen über das Gesetz des Karmas besser anwenden können. Im Buddhismus werden die vielen verschiedenen Arten negativer Handlungen in zehn unheilsame Handlungen zusammengefasst, und zwar in drei unheilsame Handlungen des Körpers, vier der Rede und drei des Geistes. Die drei unheilsamen Handlungen des Körpers sind Töten, Stehlen und sexuelles Fehlverhalten. Die vier der Rede sind Lügen, Entzweiende Rede, Harte Rede und sinnloses Geschwätz. Die drei unheilsamen Handlungen des Geistes sind Begierde, schädliche Gedanken und Absichten sowie Festhalten an falschen Ansichten. Im Idealfall sollte jemand, der den Dharma praktiziert, so leben, dass er alle diese unheilsamen Handlungen vermeidet oder doch so viele wie möglich und einem korrekten, gesitteten Lebensstil folgt. Das wird im Buddhismus unter einem ethischen Lebensstil verstanden. Karma und die Person Wie sieht es nun praktisch aus, wenn eine Person, die den Dharma oder die Unterweisungen des Buddhismus anwendet und versucht, ein moralisches Leben zu führen. Der eigentliche, letztliche Wunsch dieser Person ist es, Befreiung zu erlangen, Befreiung vom Sangsara und den Zustand der Erleuchtung. Sie muss daher hauptsächlich daran arbeiten, die Kleschas zu überwinden. Einem Übenden der ersten Stufe ist es jedoch völlig unmöglich, die Verblendungen, die negativen Gedanken und Emotionen direkt zu bekämpfen. Stattdessen versucht man auf vernünftige Art und Weise den Ausbruch negativer Handlungen von Körper, Rede und Geist zu unterbinden. Als erstes versucht man, Körper, Rede und Geist gleichsam zu bewachen, um zu verhindern, dass sie sich mit unheilsamen Handlungen beschäftigen. Auf diese Weise geben wir unseren negativen Gedanken und Gefühlen nicht so leicht nach. Wir schränken die Macht, die sie über uns haben, gewissermaßen ein. Meistert man diese erste Stufe, kann man zur zweiten übergehen und das Problem an der Wurzel packen, das heißt, an der grundlegenden Unwissenheit, von der schon die Rede war. Auf der zweiten Stufe ist man in der Lage, der Kraft der Kleschas direkt entgegenzutreten. Meistert man auch diese Stufe, folgt die dritte, die aber nicht darin besteht, die Kleschas einfach zu überwinden, sondern auch jede Neigung und alle Eindrücke, die sie im eigenen Kontinuum hinterlassen haben, völlig zu entwurzeln. Aus diesem Grund sagt der Meister Arya Deva in den 400 Versen des mittleren Weges, dass ein wahrer Suchender zuerst negatives Verhalten überwinden muss, dann jegliches Greifen nach einem selbst und schließlich alle Auffassungen, die uns an sanktarisches Dasein ketten. Wie wir bereits gesehen haben, wird im Buddhismus erklärt, dass sowohl die Umgebung der Wesen als auch die Wesen selbst, die in dieser Umgebung leben, Resultate der grundlegenden Unwissenheit sind, speziell des Karmas, das aus der Unwissenheit entsteht. Wir dürfen Karma nun aber nicht als eine Kraft missverstehen, die alles aus dem Nichts zum Entstehen bringt. So verhält es sich nicht. Karma ist nicht so etwas wie eine ewige Ursache. Wir müssen verstehen, dass Karma, um funktionieren und Wirkungen erzeugen zu können, eine Grundlage braucht, auf der es operieren kann. Daraus folgt, dass es sowohl ein Kontinuum der materiellen Welt wie auch eines der Geistigen gibt. Wir können das Kontinuum einer materiellen Welt bis zum Anfang dieses bestimmten Universums zurückverfolgen und diesen bis zum leeren Raum. Im Buddhismus wird die Existenz sogenannte Raumteilchen akzeptiert, die auf Tibetisch Namkedül heißen. Es wird weiter ausgesagt, dass auf einer Stufe des leeren Raums der Ursprung des materiellen Universums gewissermaßen enthalten ist. Im Fall der geistigen Welt können wir nicht sagen, dass das Bewusstseinskontinuum der Wesen ein karmisches Resultat ist. Ebenso wenig können wir sagen, dass die Kontinuität von Materie und Geist ein karmisches Resultat ist. Wenn das der Fall ist, wo passt das Karma dann hin? An welchem Punkt spielt es für das Entstehen der Wesen und deren natürliche Umgebung eine kausale Rolle? Vielleicht könnte man sagen, dass die Welt einen natürlichen Entwicklungsprozess durchläuft. Und wenn die Evolution einen bestimmten Punkt erreicht, an dem eine leidvolle oder beglückende Wirkung auf die Erfahrung der Wesen in dieser Umgebung entsteht, dann kommt an diesem Punkt Karma ins Spiel. Karma ist nur in der Beziehung zu den Wesen und deren Erfahrungen sinnvoll. Wenn Sie also fragen, ob Bewusstsein ein karmisches Resultat ist und ob Wesen Produkte des Karmas sind, scheint die Antwort Nein zu lauten. Wenn wir jedoch fragen, ob der menschliche Körper und das menschliche Bewusstsein karmische Resultate sind, lautet die Antwort Ja. Denn beide entstehen aus heilsamen Handlungen. Warum ist das so? Wenn wir vom menschlichen Körper und vom menschlichen Bewusstsein sprechen, beziehen wir uns auf einen Daseins Zustand, der in direkter Beziehung zu den leidvollen und angenehmen Erfahrungen einer Person steht. Wenn wir schließlich die Frage stellen würden, ob unser natürlicher Wunsch, Glück zu erfahren und Leid zu vermeiden, ein karmisches Resultat ist, scheint die Antwort wiederum Nein zu lauten. Karma und Natur Wenn wir die Evolution des materiellen Universums betrachten, können wir nicht sagen, dass die natürlichen Ursache Wirkungsabläufe ein karmisches Resultat, eine Wirkung des Karmas sind. In der Natur geschehen sie dessen ungeachtet. Dennoch spielt Karma eine entscheidende Rolle für die Art und Weise, in der diese Vorgänge sich vollziehen oder welchen Verlauf sie nehmen. Vom Standpunkt buddhistischer Analyse aus betrachtet, werden zwei zu untersuchende Bereiche unterschieden. Und zwar der Bereich, in dem nur die natürlichen Kausalgesetze operieren und der zweite, wo in Abhängigkeit von den kausalen Wechselwirkungen bestimmte charakteristische Merkmale auftreten. Aufgrund dieser Unterscheidung werden bei dem Versuch, die Natur der Wirklichkeit zu verstehen, unterschiedliche Wege der Begründung eingesetzt. In der buddhistischen Analyse gibt es die vier Prinzipien. Das erste, das natürliche Prinzip, ist die Tatsache, dass Objekte existieren und dass Ursachen Wirkungen erzeugen. Dieses Prinzip impliziert in gewisser Weise die Akzeptanz von Naturgesetzen. Das zweite Prinzip, das Prinzip der Wirksamkeit, beschäftigt sich mit dem Vermögen der Objekte ihrer Natur entsprechend bestimmte Resultate hervorzubringen. Nehmen wir die beiden ersten Prinzipien als gegeben an, so sehen wir eine natürliche Abhängigkeit zwischen Dingen und Ereignissen, zwischen Ursachen und Wirkungen. Das ist das dritte Prinzip, das Prinzip der Abhängigkeit. Auf der Grundlage dieser drei Prinzipien wendet die buddhistische Analyse unterschiedliche Wege der Begründung an, um das Verständnis der natürlichen Welt zu erweitern und zu vertiefen. Das ist das vierte Prinzip, das Prinzip des gültigen Beweises. Demzufolge muss, wenn dies gegeben ist, jenes der Fall sein. Und wenn jenes gegeben ist, sollte dies der Fall sein. Wer den Dharma praktizieren will und deshalb in Übereinstimmung mit dem Dharma sein sollte, der sollte diese Prinzipien kennen. Wenn wir negative Handlungen vermeiden und heilsame vermehrt ansammeln, wenden wir also das Prinzip des gültigen Beweises an. Ich möchte nun auf die zuvor gestellten Fragen zurückkommen, an welchem Punkt des kausalen Prozesses das Karma ins Spiel kommt und auf welche Art und Weise Karma und Naturgesetze sich gegenseitig beeinflussen. Vielleicht können wir bei der Beantwortung dieser Fragen unsere persönlichen Erfahrungen zur Hilfe nehmen. Wir haben alle schon erlebt, dass beispielsweise die Wirkung bestimmter Dinge, die wir morgens tun, bis zum Abend anhalten kann, weil sie einen bestimmten Geisteszustand erzeugt haben. Sie haben eine Wirkung auf unsere Emotionen und unser Lebensgefühl und obwohl die Handlung am Morgen durchgeführt und abgeschlossen wurde, dauert die Wirkung in unserem Geiste noch an. Gleiches trifft auch langfristig auf das Karma und seine Wirkungen zu. Dies hilft uns zu verstehen, dass Karma noch lange nachdem die Handlung bereits durchgeführt wurde, Wirkungen erzeugen kann, die auch erfahren werden. Nach buddhistischem Verständnis wird die Wirkung von Karma außerdem sowohl in der gleichen gegenwärtigen Existenz wie auch in aufeinander folgenden Existenzen erfahren. Ich denke, dass es an dieser Stelle nötig ist, die allgemeinen Erklärungen über karmische Abläufe, wie man sie in der buddhistischen Literatur findet, durch Erklärungen aus den Schriften des Vajrayana zu ergänzen, weil unser Verständnis dieser Zusammenhänge sonst unvollständig bleibt. Im Vajrayana wird erklärt, dass sowohl die Körper der Wesen wie auch die gesamte materielle Welt sich aus den fünf Elementen Erde, Wasser, Feuer, Wind und Raum zusammensetzen. Raum sollte hier als Vakuum verstanden werden, als leerer Raum, nicht zu sehr im Sinne einer Abwesenheit von Hindernissen. Das Vajrayana spricht von äußeren und inneren Elementen und zeigt, wie sie auf einer sehr subtilen Ebene miteinander in Verbindung stehen. Wenn wir diese Verbindung verstehen, begreifen wir auch besser, wie Karma auf unsere Welt einwirkt. Dass es Bewusstsein gibt, ist, wie wir bereits gesehen haben, eine Tatsache, eine natürliche Gegebenheit. Bewusstsein existiert. Daran lässt sich nicht rütteln. Auch das Kontinuum des Bewusstseins ist eine Gegebenheit, ein natürliches Prinzip. Bewusstsein hält sein Kontinuum aufrecht. Dem muss hinzugefügt werden, dass im Buddhismus die Auffassung vertreten wird, dass Bewusstsein einerseits nicht einfach irgendwie aus dem Blauen entsteht, ohne irgendeine Ursache, und andererseits, dass Materie nicht die Ursache für Bewusstsein sein kann. Das bedeutet nicht, dass Materie nicht auf Bewusstsein einwirken kann, aber die Natur des Bewusstseins ist klar, reine Erfahrung. Es ist von Anfang an erkennend, wissend, und kann daher gar nicht aus Materie, die von ganz anderer Natur ist, entstehen. Da Bewusstsein aber nicht ohne Ursache entstehen kann, und da es nicht aus einer materiellen Ursache entstehen kann, folgt daraus, dass es aus einem nicht endenden Kontinuum entstehen muss. Unter dieser Prämisse werden im Buddhismus anfanglose frühere Existenzen angenommen. Wir haben somit gesehen, dass der Ursprung von allem Leid im Karma und in der Unwissenheit liegt, der eigentliche Ursprung jedoch die Unwissenheit ist. Karma und Emotionen Die verschiedenen Schulen des Buddhismus haben ein unterschiedliches Verständnis von der Natur der Kleshas, das den verschiedenen Interpretationen der Lehre von der Nicht-Existenz einer Seele oder Anatman entspricht. So sind beispielsweise bestimmte Geisteszustände sowie bestimmte Gedanken und Gefühle, die die Matya-Mika-Sva-Tantrika-Schule und die Cittamatra-Schule als nicht verblendet betrachten, aus der Sicht der Matya-Mika-Prasankhiga-Schule verblendete Geisteszustände bzw. verblendete Gedanken und Gefühle. Es handelt sich dabei um ein sehr komplexes Thema, dessen detaillierte Behandlung den Rahmen dieser Einführung sprengen würde. Für uns ist hier wichtig zu wissen, dass unser eigentlicher, letztlicher Feind und der Ursprung allen Leides die Verblendungen sind, die leiterzeugenden Emotionen. Sobald sie in unserem Geist entstehen, zerstören sie nicht nur augenblicklich unseren Frieden, sondern selbst unsere Gesundheit und unsere Freundschaften. Alle negativen Handlungen, wie zum Beispiel Töten, Prügeln, Betrügen usw. entstehen aus den Verblendungen. Sie sind der wirkliche Feind. Ein äußerer Feind, der uns heute vielleicht schadet, nützt uns morgen womöglich, aber der innere Feind schadet uns immer. Wo wir auch leben, der innere Feind ist immer bei uns. Das macht ihn so gefährlich. Zu einem äußeren Feind kann man manchmal auf Distanz gehen. 1959 flüchteten wir zum Beispiel aus Tibet. Diese Möglichkeit hatten wir. Vor dem inneren Feind zu flüchten ist nicht möglich. Ob ich irgendwo in Tibet bin oder im Potala oder in Darangsala oder hier in London. Er begleitet mich, wohin ich auch gehe. Er ist sogar während meiner Meditation präsent. Und wenn ich ein Mandala visualisiere, kann es sein, dass ich ihm im Zentrum des Mandalas vorfinde. Das ist also der Punkt, den es zu verstehen gilt. Der eigentliche Zerstörer unseres Glücks sitzt immer in uns selbst. Und was können wir dagegen tun? Wenn es unmöglich wäre, gegen diesen Feind vorzugehen und ihn zu eliminieren, könnten wir spirituelle Wege getrost vergessen und unser Leben mit Alkohol, Sex und der gleichen ein wenig kurzweiliger gestalten. Wenn es aber eine Möglichkeit gibt, diesen inneren Feind zu beseitigen, ist es doch offensichtlich gescheitert, die Gelegenheit, die dieser menschliche Körper, dieses menschliche Gehirn, und dieses menschliche Herz uns bieten, zu nutzen, ihn mit aller Kraft zu schwächen und schließlich samt der Wurzel auszureißen. Weil die menschliche Existenz diese Möglichkeit bietet, wird sie in den Schriften als so kostbar bezeichnet. Die menschliche Existenz mit ihrer Intelligenz und ihrem Scharfsinn, ihrem logischen Denkvermögen, befähigt den Menschen wie kein anderes Wesen den Geist zu schulen und umzuwandeln. Im Buddhismus unterscheidet man zwischen unvernünftigen und vernünftigen Emotionen. Unvernünftige Emotionen basieren ausschließlich sich auf Vorurteilen. Hass gehört zum Beispiel zu dieser Gruppe. Diese Art von Emotion beruht auf oberflächlichen Gründen wie zum Beispiel, dass eine Person einem furchtbaren Schmerz zugefügt hat. Aber wenn man diesen Grund ein wenig genauer hinterfragt, fehlt ihm die Tiefe. Solche Emotionen ohne wirklichen Grund werden als Verblendungen bezeichnet. Die andere Art von Emotion, die als vernünftige Emotion bezeichnet wird und zu der auch Erbarmen und Altruismus gehören, besitzt einen Grund. Durch gründliches Nachdenken und Untersuchen kann man nachweisen, dass sie gut, nötig und nützlich sind. Und obwohl sie von ihrer Natur her eigentlich zu den Emotionen zählen, widersprechen sie Vernunft und Intelligenz keineswegs. Tatsächlich ist es die Kombination von Intelligenz und Emotion, die uns die Veränderungen und Umwandlungen unserer inneren Welt möglich macht. Solange es den inneren Feind gibt und solange er uns unter Kontrolle hat, kann es kein bleibendes Glück geben. Die Einsicht, dass wir diesen Feind besiegen müssen, ist eine echte Erkenntnis. Der starke Wunsch, ihn zu beseitigen, ist der Wunsch nach Befreiung, der mit dem etwas technisch klingenden Begriff Entsagung bezeichnet wird. Es ist daher entscheidend wichtig, unsere Emotionen und unsere innerer Welt immer wieder zu analysieren. In den Schriften heißt es, dass auch Tiere den natürlichen Wunsch haben, diese erste Ebene des Leids, das Leid des Leids zu überwinden und was die Befreiung von der zweiten Ebene des Leids angeht, das Leid der Veränderung, so ist sie keineswegs dem Buddhismus vorbehalten. In vielen der alten indischen nicht-buddhistischen Systeme wurde innerer Friede oder innere Ruhe durch Samadhi gesucht. Der echte aufrichtige Wunsch nach vollständiger Befreiung aus dem Kreislauf des Sangsara kann jedoch nur aus der Erkenntnis der dritten Ebene des Leids entstehen, dem Leid des Bedingtseins, das heißt der Erkenntnis, dass es kein beständiges Glück gibt, solange wir uns unter der Macht der Unwissenheit befinden. Das Erkennen dieser dritten Ebene von Leid ist ein einzigartiges Merkmal des buddhistischen Weges. Fragen Eure Heiligkeit Könnten Sie bitte erklären, warum karmische Resultate manchmal sofort eintreten und manchmal erst einige Existenzen später? Seine Heiligkeit der Dalai Lama Ein Faktor ist sicherlich die Intensität der karmischen Handlungen selbst. Des Weiteren spielt eine Rolle, ob die verschiedenen anderen Umstände, die das Karma zum Heranreifen benötigt, vollständig sind, und das hängt wiederum von anderen karmischen Handlungen ab. Der Meister Vasubandhu hat dieses Thema in seinem Werk Abidharma Kosha erörtert, wo er schreibt, dass im Allgemeinen zuerst jene karmischen Handlungen ihr Resultat erzeugen, die am stärksten sind. Wenn zwei karmische Handlungen gleich stark, gleich intensiv sind, wird in der Resultat der Handlung erzeugt, mit der man vertrauter war. Und wenn zwei Handlungen gleich stark sind und man mit ihnen auch genau gleich vertraut war, kommt in der Regel zuerst das Resultat der Handlung zustande, die zuerst ausgeführt wurde. Frage Gibt es hinsichtlich der karmischen Wirkung einen Unterschied zwischen Gedanke und Handlung? Anders ausgedrückt, kann ein Gedanke eine Handlung erzeugen und umgekehrt? Seine Heiligkeit, der Dalai Lama, wie ich bereits erklärt habe, beschränkt sich die Auffassung von Karma im Buddhismus nicht auf Handlungen des Körpers, auch Handlungen des Geistes zählen dazu. Betrachten wir zum Beispiel eine Handlung aus Begierde oder eine böse Absicht. Beide äußern sich nicht unbedingt in unserem Verhalten. Man kann den entsprechenden Gedanken genau und im Detail nachgehen, sie auf der geistigen Ebene vollständig durchführen, ohne sie durch eine Handlung zum Ausdruck zu bringen. Darüber hinaus gibt es Handlungen, denen nicht unbedingt eine unmittelbare Motivation oder Absicht vorausgeht, sondern man hat aufgrund einer starken Gewohnheit, durch karmische Handlungen in der Vergangenheit eine gewisse Neigung, so oder so zu handeln. Manche Handlungen entstehen also nicht als Resultat einer Absicht oder Motivation, sondern als Resultat karmischer Neigungen. Neigungen in Neigungen in Neigungen in Neigungen in